R-Tiger 5 an Zentrale, haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach im District East Arkham. Wie sollen wir vorgehen? Ignorieren. Vermutlich ist es Mr. Wayne, der seine Leute kontaktieren will. Es wird ihm nicht helfen. Er wird in Arkham City sterben. Grundzug! Lauf! Versteck dich! Die Fledermausse ist hier! Du hattest recht, das ist Batman! Die Fledermausse ist hier. Die Fledermausse ist hier. Die Fledermausse ist hier. Die Fledermausse ist hier. Schrauben Sie hier. Die Fledermausse ist hier. dieser bei überrascht mich zu sehen batman ein bisschen als wir uns das letzte mal gesehen haben hingst du an meiner motorhaube du wusstest dass es mich nicht töten würde das hatte ich auch nicht vor ich habe keine lust zu kämpfen was machst du hier dr jungs titanformel der payaso hat ein paar von ark im island runter schaffen können bevor du ihn gestoppt hast wie viele hat joker denn noch von der insel bringen lassen zu viel deshalb bin ich hier ich lass nicht zu dass der basura dieser stadt titan missbraucht dr yang hat es mit meiner hilfe erschaffen es ist meine aufgabe die überreste zu zerstören ich helfe dir aber nur damit du es weißt wenn du irgendwelche tricks versuchst gibt es ärger wir finden titanbehälter und zerstören sie abgemacht natürlich jeder behälter hat einen funksender eingebaut in der stadt hier gab es insgesamt zwölf behälter jeder von uns nimmt sechs und wir treffen uns hier jeder sechs schön heute ist kein guter tag um mich anzulügen bang bang denkt daran